Hey, schön, dass ihr mit dabei seid. Der letzte Tag in dieser Woche. Es hat einigermassen funktioniert von der Zeit her. Wirklich gut war es nicht. Die Sonne scheint. November. Schon scheint. Die Sonne scheint. Gerade hier rein. Wir direkt posten hin und das Licht wird kappt. Egal. Ich habe es jetzt abgedeckt mit... was ich halt so habe. Wir lösen heute. Hoffe ich doch. Sonntags am 17. November. Und ich bin wieder... Shit, ich bin ja verdammt spät dran. Ich bin ja spät dran. Ich muss mich ja beeilen. Komm, wenn wir uns beeilen müssen, dann machen wir den da einen Standort. Und wir können den da unten hinschmeissen, damit wir ihn schon mal weg haben. Wir machen ja dann normalerweise den da oben. Den da unten eigentlich nicht. Den machen wir weg. Dann können wir den hier hochziehen und den da nach hinten schmeissen. Und das geht gar nicht. Dann haben wir den Sonntag weg. Aber November ist schon gut, oder? Machen wir mal den hier rein und den da runter. Dann haben wir die zwei mal weg. Und mit dem da könnten wir den da machen. Dann haben wir hier den Sonntag immer noch. Und dann müsste man den hier hin machen, weil sonst die 17 weg ist. Mehr oder weniger. Dann würde der da oben platzen. Platz haben. Das ist gut. Das sieht schön aus. Und dann... Müssen wir... Den hier hinsetzen. Dann haben wir Sonntag und die 17 weg. Das ist gut. Das sieht schön aus. Dann können wir den langen noch hier oben hin machen. Und der da würde hier hingehen. Und dann haben wir hier... Ah, Sonntag, 17. November. In einer einigermassen Zeit. Also, naja, ich habe ja vorgessen, oder wenigstens vorvergessen, habe ich eine ganz schlimme Zeit hingelegt. Aber die geht jetzt durch einigermaßen. Das Hintergrundbild habe ich geklaut. Ja. Es war zwar ein 9 zu 16 Format. Ich habe es dann in Midjourney auf 16 zu 9 und was auch immer die Breite machen lassen. Ich wollte noch eine schwarze Kratze drauf machen, aber das hat irgendwie nicht funktioniert. Die Kratzen, die haben irgendwie so... Ich schaue da hoch, weil ich da geschaut habe, ob mein Audiopegel rauf und runter geht. Und der geht rauf und runter. Also, wenn ich rede, geht er hoch. Und wenn ich still bin, geht er runter. Jetzt geht er wieder hoch. Genau. Immerhin macht er was, weil ich habe schon gehabt, dass ich kein Audio aufgenommen habe. Eben das Hintergrundbild. Aber diese Frau hat mir recht gut gefallen. Und deswegen habe ich das bei Midjourney geklaut. In die Breite rechnen lassen. Eben noch ein bisschen rumprobiert und so. Und den Hintergrund noch ein bisschen versucht zu verändern. Also vor allem das in die Breite. Aber das hat nicht so wirklich schön funktioniert. Deswegen habe ich es dann zugelassen. Man sieht immerhin eine Katze im Hintergrund. Das ist schon mal etwas. Ich hoffe, euch gefällt das Hintergrundbild auch. Genau. Wenn ihr weiterhin meine Videos sehen wollt. Wenn ihr meine Videos... Schaut meine Videos. Dann folgt meinem Kanal. Like das Video und klickt die Glocke. Am besten Dank, dass ihr es wieder geschaut habt. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Video. Tschau zäme. Aaaa! Aaaa! Untertitelung. BR 2018